Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex und in diesem Video gucken wir uns an, wie ich im Jahr 2021 bzw. Anfang 2022 eine sechsstellige Summe investiert habe. Los geht's! Und bevor wir hier uns mein gesamtes Portfolio oder fast mein gesamtes Portfolio anschauen, dann zunächst einmal einen ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite aus für deine Unterstützung. Dafür, dass du diese Videos guckst, dass du diese Videos likst, dass du kommentierst, dass du diesen Kanal abonniert hast und vielleicht auch, dass du den ein oder anderen Link in der Beschreibung benutzt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, für deine Unterstützung, denn einen Teil dieses Gesamtvermögens habe ich auch durch deine Unterstützung halt erreicht. Und dann ist es für mich auch mal ein Selbstverständnis, hier ein wenig Transparenz in mein Gesamtportfolio reinzubringen und das natürlich auch ganz eng verknüpft ist mit deiner oder mit eurer Unterstützung. Und wie schon gesagt, herzlichen Dank dafür! Und beginnen möchte ich hier mit meinem Scalable Capital Depot. Und hier habe ich quasi ausschließlich ETFs. Jetzt habe ich, irgendwie funktioniert das nicht so ganz, ich muss hier mal die Rendite seit dem Kauf anmachen, das Sortieren nach größter Position. Dann sieht man, worin ich hier am meisten investiert bin und welche Rendite ich dort jeweils mit erzielt habe. Genau, und unten sind dann halt noch mal ein paar kleinere ETF-Positionen. Also hier habe ich 17.171 Euro investiert seit Anfang 2021, hauptsächlich mit Sparplänen. Hin und wieder habe ich hier auch mal eine Einmalzahlung reingehauen und so sieht es hier aktuell aus. Und seit dem Kauf, also jetzt seit ungefähr einem Jahr auch, plus 723 Euro, beziehungsweise seit Beginn sogar 685 Euro nur in Anführungsstrichen an Rendite. Man sieht hier immer, dass ich auch Produkte gehabt habe, die sich durchaus korrigiert haben. Zum Glück noch zum Jahresende hier noch mit einem okayen Plus rausgegangen, aber das ist so mäßig gelaufen. Als nächstes gibt es natürlich mein allseits bekanntes Trade Republic Depot. Das ist jetzt die maximale Ansicht. Wir gehen hier mal auf die Jahresansicht, plus 14.000 Euro. Und seit dem Januar 2020, plus 22.000 oder 61 Euro, 92.567 Euro habe ich hier investiert. Der aktuelle Stand ist übrigens Sonntag, der 2. Januar. Das heißt, der Handel findet aktuell nicht statt. Und wenn ich das Video veröffentliche, ist es ein paar Tage her. Das heißt, die Zahlen werden sich bis dahin auch noch mal verändert haben. Insgesamt, also mein Scalibre Capital Depot und Trade Republic Depot beträgt insgesamt Investitionssumme 109.738. Auf die Centbeträge gehe ich hier nicht ein. Dann haben wir hier mein Finanzen.net Zero Broker. Ich hatte ja immer schon gesagt, dass ich dieses Depot auch nutze. Und wenn ich das sage, dann mache ich das natürlich auch. Hier ist nur eine Position drin, ein MSCI ACVI von iShares. Den habe ich immer mal, den fahre ich wirklich auf Nummer sicher. Das heißt, dort mache ich auch mal einen Stop Loss hinterlege ich dann, wenn der Markt mal leicht korrigiert und kaufe dann auch wieder teurer ein. Ich tue hier alles, um Verluste zu vermeiden. Und die Rendite ist mir gar nicht so wichtig. Vielleicht gehe ich auch noch mal genau darauf ein, warum ich oder was ich mit diesem Depot verfolge. Das ist eine besondere Strategie. Auf jeden Fall habe ich hier auch noch mal 3.676 Euro investiert. Und damit sind wir insgesamt bei 113.414 Euro. Meine hauptsächlichen Kryptos habe ich derzeit bei Bitpanda. Ich habe hier unten 2.712 Euro in Kryptos. Diesen ETF, Nasdaq Position, hier habe ich geschenkt bekommen. Und wenn wir hier auf die Kryptowährung eingucken, dann siehst du hier die typischen großen, ja, bekannten Kryptowährungen. Es gibt hier auch den Bitpanda Ecosystem Token. Dogecoin habe ich hier auch noch drin oder Dogecoin. Und das sind hier ein paar neuere Positionen, die ich auch nicht so hoch gewichtet habe. Einfach nur spekulative Positionen. Da habe ich einen kleinen Sparplan drin. Und das läuft auch noch weiter. Insgesamt 2.719 Euro hier drin, wo ich das Video gestartet habe, waren 2.720 Euro. Und mit diesem Wert würde ich dann insgesamt bei 116.134 Euro stehen. Und dieses Jahr, beziehungsweise noch 2021, habe ich dann auch ein Depot bei Bison eröffnet, wo ich die wichtigsten Kryptos zukünftig handeln möchte. Denn hier gibt es ja auch Möglichkeiten, Sparpläne anzulegen und die auszuführen. Aber auch Limit-Ordern. Ich benutze derzeit eher Limit-Ordern und versuche das so ein ganz bisschen zu timen. Natürlich sind die Kryptos in den letzten Wochen dann eher korrigiert, weshalb ich hier noch dem Minus bin. Ich habe auch eine Position, die ich noch nicht investiert habe, schlichtweg. Aktuell 959 Euro hier in diesem Depot. Teilweise investiert, teilweise noch auf dem Verrechnungskonto hier liegen. Und da bin ich dann insgesamt mit einer Investition von 117.083 Euro unterwegs. Und meine P2P-Investition, ich glaube, die habe ich hier noch nie oder wenn, dann nur einmal erwähnt. Bei Bondora bin ich hier investiert mit insgesamt 1.247 ist meine Investition. Mein Portfolio ist dann aktuell weniger wert. Ich glaube 800, 900 Euro, wenn ich sofort verkaufen würde. Ich bewerte es aber nach der Investition. Das sind dann 1.247 Euro. Damit komme ich dann auf 118.330 Euro. Und in dieser Statistik hier kannst du auch sehen, dass ich absolut high risk investiere. Es haben sogar die monatlichen Nettogewinne leicht abgenommen. Und ich habe wirklich sehr riskante Kredite hier investiert. Man kann gar nicht sehen, wo ich hier bin. Zu den risikoreichsten 200 Investoren gehöre ich hier auch immer. Mein Ursprungsinvestitionsbetrag beträgt halt 1.000 Euro. Und wie gesagt, also ich bin hier relativ risikoreich. Die 1.000 Euro sind für mich jetzt nicht so unglaublich viel Geld. Und ich habe die erste Position 100 Euro dieses Jahr hier auch ausgezahlt bei Bondora. Und genau das habe ich vor, dass ich jährlich hier 100 Euro erstmal nehme. Und mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre weiterentwickelt. Und meine letzte Position ist hier bei Mintos. Dort hatte ich 500 Euro investiert. Diese Investition habe ich dann im Laufe letzten Jahres komplett rausgenommen, sofern es denn immer ging. Also Stück für Stück. Aktuell sind hier noch ungefähr 60 Euro in der Rückforderung. Das heißt, ja, das sind einfach nicht bezahlte Kredite. Und bis ich da nochmal Geld bekomme, das könnte noch sehr, sehr lange dauern. Und Mintos ist dann einfach nicht mehr meine Investitionsplattform gewesen, wie bei vielen anderen halt auch. Aber dort sind halt auch noch 60 Euro derzeit drin. Wenn ich diese 60 Euro nochmal dazu rechne, bin ich insgesamt bei 118.390 Euro Investitionssumme. Ich habe hier und da noch ein Depot, wo auch noch ein paar Euro drauf sind. Aber so ein paar Dinge müssen dann auch noch privat sein. Aber im Kern ist das hier im Prinzip meine Investition, die ich euch gerade gezeigt habe. Wie gesagt, 118.000 Euro in etwa. Tendenz steigt. Ich habe auch vor, in diesem Jahr, in 2022, wieder ordentlich Geld zu investieren. Und wie viel Geld ich hier bei Scalable Capital einzahle im Verhältnis dazu, wie viel ich bei Trade Republic einzahle, das wird die Situation ergeben. Ich versuche eher etwas mehr Geld bei Scalable Capital einzuzahlen. Ich habe da auch erhebliche Summen dieses Jahr über eingezahlt und bei Trade Republic eigentlich eher ein bisschen weniger. Und die Scalable Capital Position möchte ich natürlich ausbauen. Es sei denn, ich sehe bei Trade Republic noch wirklich gute Chancen, um da in Einzelwerte zu investieren. Wenn da mal spannende Werte wieder im Einzelfall sehr stark korrigieren, woran ich glaube, dann zahle ich immer 1.000 beziehungsweise 2.000 Euro ein, wie ich es die letzten Monate halt auch gemacht habe, und investiere dann einfach so, wie ich es mir denke. Das ist so der Plan, den ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe. Was ich im Einzelnen mit Aktien und so weiter vorhabe, werde ich vielleicht nochmal in zukünftigen Videos genauer erklären und darüber erzählen. Wenn dir das Video gefallen hat und du meine Transparenz magst, dann hinterlass mir doch auf jeden Fall schon mal ein Like. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viel Geld hast du insgesamt investiert? Wenn du auch sagen magst, worin würde mich das auch sehr interessieren. Das heißt Aktien, ETFs, Kryptos und vielleicht auch P2P oder andere Investitionen, zum Beispiel NFTs. Also hau es mir mal bitte in die Kommentare, worin du investiert bist. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, hau mir mal dein Alter mit rein. Also ich bin auch schon etwas älter, ich bin 40 Jahre alt und da hat man halt einfach auch eine andere Vermögenssumme, als wenn man halt irgendwie 20, 25 oder 30 ist. Und auch wenn man 50 oder 60 ist, hat man dementsprechend auch noch mehr Kapital. Wenn ich zum Beispiel meine Investitionen so weiterfahre, bis ich etwa 55 bin, sollte diese Summe, wenn es so läuft wie die letzten zwei Jahre, dann relativ erheblich sein, dann sollte die Summe auch schon siebenstellig sein dürfen. Das ist immer wichtig, dass man langfristig dranbleibt. Deshalb auch wenn du nur 500 Euro investiert hast, du noch relativ jung bist oder auch älter bist, dann ist das für mich kein Problem. Ich finde das immer total sympathisch, ganz offen damit umzugehen. Jawohl, wie gesagt, hau mir das mal bitte in die Kommentare rein. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das selbstverständlich auch machen und die Glocke drücken, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Ich bedanke mich bei dir fürs freundliche Zusehen und bis zum nächsten Video dann. Ciao! Ich danke, dass du deinen Kanal noch mal bist. Wenn du den Kanal noch nicht so weitstimmst,. Ich danke, dass du einen Kanal noch niemals abonntest. Dann gleich, dass du deinen Kanal auch schon ein bisschen wegkinkrieg, Dann mit anderen Video dann am besten. Ich danke dir. Es wird die Kanal noch nicht unterbrochen, wo du das kleines Video da ist. Du kannst du finde da, man sich die Glocke drüber.